so 321 willkommen zurück bei mini metro das müsste jetzt folge vier sein und es geht diesmal nach berlin hier hatte ich eine recht schlechte leistung gehabt wo ich damals gespielt habe daher man sieht ob es mit kamera besser wird zack zack einmal so einmal so einmal so und zack zack erst mal drei ringen linien damit sind unsere zwei brücken schon aufgebraucht also ist doch ein bisschen mies von daher machen wir so ok doch unsere zwei straßen rückentunnel sind aufgebraucht falls sich jemand wundert ich werde hier nicht irgendwie extra pause drücken oder so ich werde auch nicht hier mir eine bahn schnappen und weil hier irgendwie viel stress ist die dann darüber setzen das lasse ich einfach so laufen wie es läuft es muss auch so gehen alles andere ist irgendwo betrug das hier hinten noch nichts passiert ist eigentlich ärgerlich endlich mal ein bisschen was auf der seite eine neue lok ich möchte erstmal bahnlinien haben machen wir mal einen kleinen Mann hier hinten oh ok es wird schon interessanter jetzt das vierte symbol eine raute das spiel beruhigt ungemein das könnt ihr euch nicht denken und daher spiel ich es auch komm komm machen wir zu hier da ist gelb eine ringlinie braun ist eine ringlinie aktuell haben wir nur ringlinien ich könnte hier unten irgendwie mal ein viereck gebrauchen also so ein quadrat das wäre nice aber nicht noch mehr kreise leute kreise braucht niemand 111 am sonntag eine neue lok und eine bahnlinie scheiße jetzt wirds dumm jetzt wirds mal richtig dumm soo hopp 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 und hopp gut gehts hoppann du wirst ein bisschen irgendwas machen oh scheiße lecker also Hier wirds auch voll, aber hier kommt ja ständig einer vorbeigewackelt. Scheiss Dreck. Gelb. Grün. Wo? Hier wirds übel. Komm, 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 fahr, fahr, fahr. Ich brauch hier ein Viereck unten, Leute. Was wirds sonst böse? Ne Lok. Ähm. Waggon. So, Lok. Auf grün, auf grün. Er muss was mitnehmen. Oh. Ich mein gehabt. Ähm. Warum hier? Ja. Scheisse. Wir brauchen Brücken. Nein. Nein nein nein. Nein. Oh, scheisse. Oh, scheisse. Komm, Kollege, du musst irgendwas mitnehmen. Oh, noch ein Kreis. Oh, das ist schon das Ende hier. Das war's schon. 25 Tage, das war echt nicht viel. Kurz schauen. Fahrten ins, äh, Fahrgäste. Ne Quatsch. Bevölkerung. Personen. Tägliche Fahrten. Fahrten insgesamt. Verärgert. Genutzt. Kapazität. Streckenländer. Bevölkerung. Ich glaube, die Runde war so kurz. Hier, machen wir nochmal neue. Das war echt ne zu schlechte Leistung. So. Heben wir uns mal eine Bahn noch auf. Beziehungsweise eine Linie. Lassen wir mal hier nur pendeln. Oh, und jetzt geht's los. Zack. Zack. Das war unsere erste Brücke. Was war das jetzt von der Karte Berlin? Eventuell. Ist das hier die Spree? Kann das sein? Äh, pop, pop. Mach mal so. Mach mal auch so. Da, 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 da. Wobei, komm. Gehen wir hier rüber. Mit dem. Machen wir das so. Und mit dem so. Mh, hm, hm. Ein Tunnel hätten wir noch. Könnten wir hier ne schöne Kreisbahn machen, aber. Aktuell vielleicht noch nicht. So. Woche zwei. Eine Lok. Ich glaube, diesmal nehme ich einen Tunnel. Einen einzigen bekommen. Na gut. Was soll's. Mach mal hier erstmal so. 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 Mit wem gehen wir jetzt da rüber? Wie sieht's damit aus? Kreis, Dreieck. Gehen wir hier noch aufs Dreieck. Papp, papp, papp. Ähm. Hier hin. Massen wir das noch anschliessen. Mach mal auch mal noch. überlegt gerade ob ich den grün um verlege so dreieck 110 leute dreiecke haben wir hier hinten ja jetzt auch nicht besonders viele weil komm ich glaube wir lassen das erstmal so mach mal eine separate linie noch die lassen wir vielleicht von hier nach da 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 von ich muss hier bei dem grünen einsparen machen wir vielleicht so wir haben noch eine lok wir haben noch eine lok komm komm gelb ihr wollt mich doch schicken oi 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 so viele kreise boah kommt jetzt wir müssen hier ein kreis abtransportieren oh verdammt ähm misst mit wem paar mord hinten an nicht gut komm hat die bahn noch ein bisschen platz 2 hätte sie noch 3 komm bitte 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 so eine neue lok waggon oder bahnlinie ich glaube ich nehme den waggon hier die bahn wird stärker werden und ihr wollt hier lang oh die ist gegenläufig äh egal wird schon klappen immer so unpassend wenn es nicht immer so blöder kreis wäre grün grün fährt ja nur eine blöde bahn sonst hätte ich die grüne wenigstens hier noch zum dreieck gebracht machen wir auch äh komm hier hin 14 voll wo ist grün wo ist grün freitag äh scheiße 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 ne muss ich lassen komm mal kurz den hier nach hier hinten verlängern so vorbeikommen du kannst auch noch ein paar mitnehmen scheiße 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 ho mist na gut dann war es das hier wir gehen zurück ins menü berlin haben wir also nicht gut gespielt nächste folge ist dann melbourne dran ich wünsche euch was tschüss und tschau bis zum nächsten mal bei min Vielen Dank.